Hi. Das ist die Anmoderation. Herzlich Willkommen. Okay, wir müssen zurück dahin, wo wir letztes Mal, nämlich da war eine Lampe. Aber die Frage ist, geht's da dann auch weiter? Jetzt weiß ich wieder nicht, wohin, mein Gott. Jedes Mal die gleiche Scheiße, Mann. Ich weiß es doch nicht. Merkos, Loft, Mittel. Ich geh da jetzt einfach hin. Für den Grabstein einfach ganz unten. Musst doch ballern. Ah ja, wir sind hier, oder? Aber die Frage ist, ist es wieder so ein Dead End? Oder geht's jetzt hier weiter? Ja, ich geb's zu. Ich hab's grad ein bisschen nicht mehr drauf, wo wir eigentlich hin müssen. Ich geh jetzt mal hier lang. Das fühlt sich gerade wie neu an. Wie eine neue Gegend. Oh, da ist wieder das Baby. Oh, guck mal, da ist der Dicke. So, jetzt kommt der Tierarzt-Move. Schön hier die Latex-Handschuhe. Ah, der Mond ist aber auch... Der ist aber auch hell, ey. Mal ehrlich. Au, wo sind meine... Au, im Chat. Au. 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 This is the time of the moon. Sometimes I, as a hunter, must watch the moon. Because the power of the moon is what makes me hunt And then I talk about the moon a lot And on some dates, girls, women, peasants Say to me, you talk a lot about the moon And I say, yes, I do Look at the moon, it's beautiful Classic Donny Aber die ganze Gegend sieht jetzt auch anders aus Also die Architektur, hier ändert sich das Weil die Wand hier sind so Billigbricks, so Briketts Vom Stimnes Und da hinten ist alles so mega geil Architektur So Notre Dame mäßig Und hier ist so ein bisschen Hier wird es so ein bisschen assi So ein bisschen das Märkische Viertel von Plattform Ich bin aber auch verblutet hier Guck mal hier, Alter Wirklich, ey Mann, du Ich weiß genau, was ihr denkt, was ich jetzt für Gags machen will Mach ich aber nicht Was sehr blutig ist Auch der Mode ist ja einmal im Monat irgendwie recht hoch, ne Ich obelege gerade, wo ich jetzt hinlaufen sollte Wo ist das nochmal hier? Ach, ich komm Ey, warte mal, ich hab 67.000 Seelen Das ist bestimmt so ein komischer, weirder Babyboss Da gehst du hin, denkst du ja, ein heulendes Baby Und auf einmal so Und dann ist es so ein Riesenbaby Wie so Michelinmann mäßig hier Wie bei Ghostbusters, weißt du Das wird dann so riesengroß Und zerfetzt alles, ne Geh ich jetzt erstmal nicht hin Ich geh jetzt mal meine Seelen ausgehen Bin manchmal auch ein bisschen streber in dem Spiel Muss man auch mal sein Ich mach mal Strength Ich will den Hochballern, aller 25.000 kosten mittlerweile die Stufen Das ist schon sau teuer Es ist ja fast hier, ich sag mal hier Aufm, ich weiß auch nicht Aufm, ach jetzt fällt mir nicht mal ein Manchmal einfach, halt einfach's Momen manchmal doch nicht Ganz ehrlich, wenn dir kein Gag einfällt Dann fang doch nicht ein Gag an quasi Ohne dass du weißt, wie es endet Ich freue mich immer wieder bei dir im Stream live dabei zu sein Pippo, danke dir, schön, dass du dabei bist Freut mich auch Und das kommt von Herzen Das kannst du mir glauben Das kommt von Herzen Weil ich ja schon lang nicht mehr checke Warum hier überhaupt die Leute zugucken Obwohl ein bisschen schon Bin lustig So, jetzt kommt's Jetzt kommt das scheiß Baby Oh, welch Überraschung Irgendwas wird jetzt hier passieren Humble Danny So sieht's aus Ey, ab und zu muss ich auch mal angeben Okay, warte mal Ja, jetzt geht's schon los Es geht schon los Ja, Horror Baby Oder, nee, was? Stimmt Ja, genau, wollte grad sagen Es kommt jemand, um das zu beschützen So, äh Mutterinstinkt mäßig Was ist das jetzt wieder für ein Nasenmann Ist das ein Nazgul? Mergo's Wet Nurse Interessant Ach, kann man die staggern vielleicht sogar? Ich glaub, die kann man bestimmt staggern, oder? Nee Also, noch macht die mir keine Probleme Super Dodge Super Dodge, Alter Oh, what the fuck? Ist jetzt denn los? Da kommen mehrere von denen? Okay, ich check's nicht Wer ist wer? Ach, Bloodborne, ganz ehrlich Manchmal einfach ganz ehrlich Sorry Scheiß auf YouTube monetarisieren Manchmal muss man auch mal sagen Fick dich Jetzt muss ich wieder den Ganzen Scheiß Zwei Aufzüge, oder was? Oh, wisst du, wie das gerade klang? Das klang original Wie, wenn beim Nachbar Morgens Der Wecker losgeht Wenn man das durch die Wand hört Ich hör das voll oft bei meinem Nachbarn Regt mich immer auf Aber nee, warte mal Das ist immer so eine Mischung aus Aufregen Und so ein kleines bisschen so Ja, du Idiot Bist wohl kein Tutsch-Thema Musst du aufstehen Zur Arbeit gehen, ne? Ich penne noch eine Runde Humble Donnie heute wieder Sehr aktiv Ja, ich muss kurz schiffen, Leute Wäre cool, wenn ihr dranbleibt Ich bin wirklich gleich wieder da Ihr kennt das Spiel Und dann geht's Gleich weiter Opa Und dann geht's Wir haben das Wir haben das